Herzlich willkommen zum dritten Teil von Die Stämme. Ja, was ist die letzte Zeit passiert, den letzten Tag? Ich war jetzt wieder 24 Stunden ein wenig am alleine klicken, bringe euch jetzt wieder ein kleines Update. Ja, wie man sehen kann, hat sich etwas getan. Ich habe zuallererst den Holzverlauf 12 ausgebaut und bin danach hingegangen und habe den Bauernhof ausbauen müssen. Einfach nur, weil wir etwas mehr Bauern brauchen. Das ist auch jetzt wieder, dass wir an eine Kapazitätsgrenze kommen und eigentlich den Bauernhof wieder ausbauen müssen, damit es besser vorangeht. Es wurde der Speicher auf 7 ausgebaut und nachdem diese grundlegenden Sachen erstmal ausgebaut wurden und ich etwas mehr Zeit hatte, damit der Speicher auch überfüllt werden kann, über den gesamten Tag bin ich hingegangen und habe, wie gesagt, die Konstruktionsquest zu Ende gebaut. Dementsprechend erstmal das Hauptgebäude auf Stufe 7 und dann die Kaserne auf Stufe 5. Dann bin ich hingegangen und habe noch einmal den Marktplatz auf 2 ausgebaut. Das liegt daran, dass er einfach nur 8 Sekunden brauchte und man mehr Ressourcen aus der Belohnung rausziehen kann, als dass man bezahlen müsste. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Jetzt sieht man ja, wir hätten hier ungefähr 9 Holz, 9 Eisen und 13 dem, was wir zahlen müssten. Wenn wir weiterhin die Belohnung so einstreichen, ist hier gerade 100 Eisen. Das heißt, wir hätten hier sogar tatsächlich nur 59 Eisen, die wir zahlen müssten. Wir würden hier also nicht mehr mit einem Gewinn groß rausgehen. Ein Gewinn wäre zum Beispiel, noch einmal den Bauernhof auf 5 auszubauen, da wir damit alles gedeckelt hätten. Das kann man dann auch gerne in 7 Sekunden machen. Aber wie gesagt, das war jetzt erstmal so das Grundlegende. Der Marktplatz wurde ausgebaut. Ich hatte extra Ressourcen. Ich habe danach den Ball auf Stufe 5 hochgezogen und weil dann halt noch Ressourcen da waren, auch noch einmal die Lehmgrube auf 12. Da ich ja gestern angekündigt habe, dass ich erstmal die Mine auf 12, 12, 10 ausbauen möchte, bin ich noch einmal hingegangen und habe die beiden Eisenminen ausgebaut. Dementsprechend jetzt gerade eben auf 9 abgegradet. Auf 10 dann ungefähr in 50 Minuten. Den Bauernhof nehmen wir jetzt noch mit, einfach nur weil wir die Kapazität hier brauchen und weil wir echt gut am Rekrutieren sind. Und genau wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon ein paar mehr Speerträger rekrutiert. Das Ganze hat den grundlegenden Aspekt, weil ich vor ein paar Stunden einen Kommentar bekommen habe von GHG. Ich blende ihn euch hier mal ein. Wenn wir jetzt aktiv spielen, wir können ja nicht fahren, dementsprechend aktiv den Raubzug nutzen, dass wir jetzt erstmal hingehen und ungefähr 300 Speere rekrutieren und dann im Raubzug dann jeweils die Stufe 2 und 3 nutzen. Wie man sehen kann, ist die Stufe 3 jetzt auch schon freigeschaltet. Das hat mich gestern recht viele Ressourcen gekostet. Ich glaube, 1000 Real waren es jeweils. Und jetzt, wo wir den klugen Sammler haben, können wir praktisch damit arbeiten. So, uns wurde jetzt auch der Tipp gegeben, dass wir erstmal nur Raubzug Stufe 2 und 3 nutzen. Also wir haben bescheidene Sammler und kluge Sammler. Und das wird die 1 erstmal hinterherfallen lassen. Und grundlegend dafür habe ich ja schon im letzten Video gesagt, dass es einen Raubzugrechner gibt. Das könnt ihr gerne googeln. Ihr findet den Link aber auch unten in der Videobeschreibung. So, und wir haben jetzt hier erstmal die Möglichkeit, unsere Truppen anzugeben. Das wären 134, 20, 2. Können wir auch eintragen. 134, 20, 2. So, und der berechnet dann praktisch erstmal für die Raubzugstufen die verschiedenen Anzahlen, die wir dafür abgeben müssen. So, und die nächste Sache ist, wenn wir Stufe 4 anklicken, dann wird ebenfalls auch für Stufe 4 berechnet. Das kann man aber auch rauslassen. Im letzten Video habe ich ja gesagt, das konnten wir noch nicht berechnen, weil wir nur die ersten beiden Stufen hatten. Und es wäre eine dritte ausgegeben worden. Aber nun haben wir halt die Möglichkeit, dass wir ja praktisch alle drei Stufen ausrechnen lassen würden. Das wäre jetzt die effizienteste Art und Weise. Ja, man kriegt jeweils gut Beute. Es ist aufgeteilt, dass alle Raubzüge gleich lang laufen. Ja, sagen wir jetzt mal, alle laufen 50 Minuten. Und dann kriegt man am Ende halt dieselbe Rohstoffmenge. Und der teilt das halt genauso auf, wie viele man wo reinstecken muss, damit eben das passiert. Und das, was man halt gut sehen kann, ist, dass von Stufe 2 auf Stufe 3 generell die Menge verdoppelt wird. Dementsprechend müsste man jetzt einfach noch hingehen und von den Speeren praktisch alles mal durch 3 durchrechnen. So, das heißt, wir gehen hin, machen 134 durch 3, haben dann jeweils jetzt hier ungefähr die 45. Und wenn wir dann sagen, okay, wir nehmen 90 Speere, dann haben wir für den bescheidenen Sammler schon mal alles. Ja, das wären 45 plus 45. So, exakt dasselbe hier. 20 durch 3 kann man auch hingehen. 20 durch 3 würde man auch ausrechnen können, hat man ungefähr 7, ja. Sagen wir, wir nehmen 14 Schwerter mit. Und dann nehmen wir noch einmal einen Axt mit. Das sind eine Stunde 4, 34 Minuten. Wenn wir die jetzt auf den Sammler laufen lassen, und wir drücken hier auch Start, sehen wir im Ungefähren kann man tatsächlich sagen, ja, von bescheidenen Sammlern auf kluge Sammlern ist es ungefähr immer die doppelte Menge. Das heißt, wenn wir hier jetzt 15 Speere nutzen für kluge Sammler, dann müssen wir ungefähr 30 Speere für bescheidenen Sammler nutzen. Und wenn wir eben nur diese beiden jetzt benutzen wollen, und nicht alle 3, so wie es hier der Rechner ausrechnen würde, dann geht ihr hin, nehmt einfach die Menge, die ihr habt, durch 3, und legt dann hier jeweils jetzt einmal das Ergebnis hin, und hier legt ihr zweimal das Ergebnis hin. Dann habt ihr praktisch die 3 Sachen abgedeckt. Genau, jetzt kann man praktisch alle, jede Stunde ungefähr, die Truppen wieder losschicken. Wir kriegen ungefähr gleich viele Ressourcen daraus, und haben dann praktisch jetzt in einer Stunde, ja, 400 Ressourcen. Gut, soviel dazu. Der Raubzug läuft jetzt erstmal wieder. Wie man sehen kann, habe ich in dem gestrigen Tag nicht sehr viel Raubzug verwendet. Das lag nun mal daran, dass wir jetzt durch die Ostertage, und da ich weg war, halt nun mal nicht so viel Zeit hatte. Es waren jetzt einfach nur ein paar Raubzüge, leider nur dementsprechend jetzt auch etwas langsamer gewachsen. Wir sind jetzt bei 258 Punkten. Um uns herum ist auch alles ruhig. Wir können jetzt hier gerade sehen, dass der Simon praktisch jetzt hier ein neues Dorf geadelt hat. Der wird sich hier also wahrscheinlich in dem Bereich erstmal ausbreiten. Wir haben um uns herum jetzt erstmal noch ein wenig Ruhe. Es gibt ja auch ein paar neue Spieler. Aber das wird sich bestimmt die Tage erstmal aufschlüsseln, was da jetzt passieren wird. Wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal praktisch die Quests erstmal weiter aus. Das heißt, wir holen uns jetzt hier erstmal die Belohnung und ähnliches ab. Schauen dann, was jetzt die kommenden Quests sind. Wir haben jetzt hier, wie ich es ja beim letzten Mal schon gesagt habe, die Aufgabe, dass wir das Hauptgebäude auf 10 ausbauen, die Schmiede auf 5 und dann einen Stall bauen können. Die beiden müssen nun mal ausgebaut werden, bevor wir einen Stall haben können. Dementsprechend, das ist jetzt praktisch die nächste Aufgabe. Die Quest lautet Informationskrieg. Liegt daran, dass wir dann praktisch mit der ersten Stallstufe die Späher freischalten und praktisch andere Dörfer damit ausspähen können, sodass wir wissen, was da drin ist. Genau, den Marktplatz lassen wir erstmal weg. Diplomatie können wir ebenfalls nicht machen, weil wir nicht in einem Stamm sind. In einem Stamm treten wir auch nicht bei. Dementsprechend fällt die Quest auch weg. Die Rekrutierung hat tatsächlich geklappt. Wir haben jetzt 100 Einheiten, bekommen dafür jetzt praktisch 10 neue Schwertkämpfer. Das Ganze ist damit dann dementsprechend auch abgedeckelt. Die nächste Aufgabe ist, 200 Truppen zu rekrutieren. Da sind wir auch nah dran. Das wird bestimmt die Tage dann auch klappen. Wir haben wieder ein paar mehr Ressourcen freigeschaltet. Das wird sich aber dann auch wieder bald aufdröseln. Und wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hingehen und werden ungefähr 300 Speerträger rekrutieren, so wie es halt von dem Zuschauer als Tipp gegeben wurde. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal hier die 12-12-10 praktisch im Ausbau. Dann werde ich hingehen und werde jetzt die Konstruktionsquest machen. Und je nachdem, wie viele Ressourcen wir dann haben oder wie langsam das dann praktisch vorangeht, wird eventuell wieder die Mine ausgebaut. Oder es läuft tatsächlich noch so flüssig auch durch den Raubzug, dass man sagen kann, okay, wir nehmen die nächste Quest mit. Also nur jetzt praktisch schon mal für euch, den kommenden Tag jetzt, werde ich wieder versuchen, die ganze Zeit Raubzüge laufen zu lassen. Ja, praktisch stündlich rauszuschicken. Und ich werde hingehen und werde noch einmal das Hauptgebäude auf 10 ausbauen, die Schmiede auf 5 und versuchen schon einmal hier den Stall dafür auszubauen. Genau. Nebenbei werden natürlich die Speerträger weiterhin aktiv rekrutiert. Ja, ich werde mir wahrscheinlich auch die Questbelohnung ranholen, damit sich das Ganze rechtzügig weiterentwickeln kann. Auch generell jetzt schon mal angesprochen, hier im Inventar bekommen wir nach und nach immer so ein paar Ressourcenpakete. Ja, das sind jetzt jeweils zweimal 10% Ressourcenpakete. Ich generell spare mir das gerne an, wenn man mehrere Dörfer hat und man aktiviert so ein Ressourcenpaket, dann kriegt jedes Dorf die 10%. Das heißt nicht nur das Dorf, wo man es aktiviert, sondern tatsächlich jedes Dorf. Es lohnt sich also, die Rohstoffpakete vor allem jetzt am Anfang anzusparen. Einerseits, weil wir nun mal nicht so viel Speicherkapazität haben. Es würden nur 10% von den 3.400 praktisch gefüllt werden. Je höher der Speicher, desto mehr Ressourcen bekommen wir daraus. Und natürlich auch, je mehr Dörfer wir haben, desto mehr Ressourcen bekommen wir auch daraus. Das heißt, vor allem wenn man hinterher ins Prägen oder ähnliches geht, lohnt sich das, diese Ressourcenpakete praktisch dafür anzusparen. Genau. Das ist jetzt erstmal so der aktuelle Stand. Wie gesagt, an dem Dorf wird sich jetzt nichts ändern, außer Hauptgebäude, Schmiede und der Stall. Ich werde schauen, wie weit ich heute Abend komme. Und wie gesagt, der Raubzug werde ich versuchen, jetzt 24-7 laufen zu lassen, damit wir halt wirklich sehr, sehr viele Ressourcen daraus bekommen können. Und ja, soviel dazu praktisch. Ich habe mir auch schon ein paar Ideen gemacht, was für kommende Videos kommen könnten. Ja, neben dem Let's Play würde ich natürlich versuchen, wieder ein paar Tutorials entweder neu aufzunehmen, wie das ist ein Weltenstadtguide oder das Timen, dass sich da ja auch einiges getan hat, weil man heutzutage ja tatsächlich auch über das Spiel automatisch die Angriffe timen kann. Zumindest mehrere am Stück. Ja, da wo ich damals gesagt habe, dass wenn man durchtappt, dass man dadurch zum Beispiel AG-Fakes erstellen kann, dass es heutzutage in das Spiel rein implementiert. Und dementsprechend werde ich da auch bald natürlich drauf eingehen. Was natürlich auch solche Ideen sind, sind auf das PP-Farm einzugehen, ja, auf ungeraden Welten. Jetzt nicht auf 212, aber auf 213 kann man zum Beispiel PP-Farm. Vor allem am Anfang der Welt, gegen Ende sind dann tatsächlich so viele Ressourcen da drin, dass sich das nicht mehr lohnt. Aber vor allem für Leute, die halt PP-Farm gerne fahren wollen oder wissen wollen, wie man an Premium-Punkte kommt, ohne diese zu kaufen, wird es dafür bestimmt auch mal bald ein Guide geben. Es wird ein bisschen auf die Taktiken eingegangen, was für verschiedene Dorftypen es gibt, was für verschiedene Truppentypen es gibt. Generell auch das Kämpfen, also auf Off-Plan-mäßiges, zum Beispiel über die Workbench oder Ähnliches, ja, da werde ich drauf eingehen. Ich werde versuchen, irgendwas über den Accountmanager herauszufinden, ja, zum Beispiel fertige Bauskripte oder Ähnliches, dass man die praktisch Copy-Paste nehmen kann oder generell erklären, was ein Duali ist und wie das Ganze funktioniert und worauf man achten muss, wenn man geteilte Internetverbindungen oder Ähnliches hat. Ja, auf die Welteneinstellungen, weil man ja auch zum Beispiel am Anfang des Let's Plays gesehen hat, dass ich selbst nicht darauf geachtet habe, was die Welteneinstellungen sind und dementsprechend komplett übersehen habe, dass man auf der Welt nicht fahren kann. Auf Bewerbung schreiben, das war damals mal ein Wunsch von einem der Zuschauer, ja, wie ich zum Beispiel hingehe und andere Stämme anschreibe oder Spiele anschreibe, wenn ich, wenn ich irgendwie mich bewerben möchte oder vielleicht einen PB oder Ähnliches suche, dass man darauf eingeht und letztendlich natürlich auch noch auf die verschiedenen Truppentypen, ja, auf Truppen, Dev-Truppen, dass da immer noch eine kleine Erklärung kommt und natürlich auch vor allem dann ein sehr, sehr anfängerfreundlicher Guide, ja, wo dann zum Beispiel erfahrene Spieler gar nichts von haben, wo ich grundlegend wirklich auf jeden einzelnen Button eingehe oder jede einzelne Einstellung erkläre, so dass das dann praktisch auch noch aufgehoben wird. Und das, das ist alles jetzt noch in Planung, ich werde gucken, wie ich das umsetze und dass es da auf jeden Fall wieder ein paar Guides gibt, weil, ja, ich möchte natürlich auch helfen und mein Wissen weitergeben. Ich lerne natürlich aber auch selbstständig daraus, wenn ich mich über Sachen informiere, die ich zum Beispiel selbst noch nicht weiß oder eben halt auch aus Tipps wie jetzt von dem Zuschauer GHG, ja, dass man, dass man einfach mal neue Sachen ausprobiert oder mitteilt und versucht und guckt, wie es funktioniert, ja, vielleicht hat man hinterher dann eine eigene Meinung oder hat eigene Erfahrungen gemacht oder man lernt, halt aus den Sachen oder man nimmt es tatsächlich sogar auch für kommende Welten mit, ja, dann kann man das natürlich auch nochmal in einem Tutorial festhalten, wenn sich das jetzt hier gut, ähm, gut erwirtschaftet, zum Beispiel mit den 300 Sperrträgern und dann schaut man halt einfach, äh, ja, was für Videos daraus noch entstehen können. Naja, jetzt habe ich super viel geredet, ähm, zusammenfassend, wie gesagt, Hauptgebäude 10, Schmiede 5, Stall auf 1, ja, und dann werde ich gucken, wenn es mit den Ressourcen tatsächlich klappt, vorhin durch das Farmen jetzt, weil wir ja ungefähr pro Stunde jetzt 400 Ressourcen rausholen, äh, dann werde ich gucken, dass ich, ähm, ja, entweder, wenn wir genug Ressourcen haben, weiter in der Konstruktion baue, das heißt auch nochmal hier die Konstruktionsquest danach schon mal anfange, oder, wenn die Ressourcen nicht reichen, dass ich erstmal hingehe und die Minen noch ein wenig ausbaue. Aber das wird sich wahrscheinlich dann spätestens morgen früh wieder klären, ja, wenn das neue Video rauskommt. Ich hoffe, euch hat jetzt wieder dieses kleine Update gefallen. Ich wünsche mir natürlich weiterhin, dass ihr entweder Kritik übt oder Tipps mitgebt, ja, wie jetzt zum Beispiel der GHG, der mir den Tipp mit den Sperrträgern und den Raubzug mitgegeben hat. Und dann gucken wir einfach mal, wie ich es einbinden kann in die Videos, ja, auch bei Video Wünschen und ähnliches, was ich davon umsetzen kann. Und, ähm, dann wird sich das bestimmt auch mal die nächsten Tage weiterentwickeln. Naja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.